Herzlich Willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch das Mr. Dardy Bundle von Dardan. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Bundleinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zum Bundle, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Video-Beschreibung. Mr. Dardy von Dardan, das Ganze am 5. Februar erschienen. Wir haben hier mal wieder ein Bundle aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, es ist das dritte Album von Dardan. Kommt hier in einer weißen Plastikverpackung, in einem Bundle. So, bevor wir das Ganze aus der Folie, aus der Verpackung befreien, haben wir hier noch einen Sticker. Und zwar lesen wir hier Dardan Mr. Dardy Limited Hoodie Bundle. CD plus Mr. Dardy Sport Hoodie in Größe L. Ja, L war Einheitsgröße. Konnte man, glaube ich, nicht frei auswählen. Da waren alle Bundles ident. Dann haben wir hier noch unten die Labels und die Infos zum Album und unten rechts noch einen Barcode. So, außerdem lesen wir hier noch Open Here. Ich werde es mal auf der Rückseite drauf machen. Also hier. Einmal hier aufreißen. So, dann schauen wir mal, dass wir den Inhalt hier rausholen. So, die Außenhülle ist erledigt, aber das Ganze ist hier nochmal separat verpackt. Also Folie in Folie. Auch hier nochmal aufreißen. Dann haben wir hier einmal den Hoodie. Und ich gehe mal stark davon aus, dass in dem Hoodie selbst eingepackt noch das Album ist. Wir schauen mal ganz kurz. Genau, hier ist es. So, also wir haben das Bundle, wir stehen aus diesen zwei Teilen. Einmal dem Hoodie und einmal dem Album an sich. Schauen wir uns gleich mal an. Das Album kommt nicht in Folie, überraschenderweise. Das kommt hier ohne. Wir haben hier ein Super-Jule-Case und auf dem Cover haben wir hier den Interpreten auf so einer kleinen Bank, auf so einem kleinen Sofa. Und hinter ihm an der Wand die diversen Awards, Gold und Platin Awards, die er durch Streaming so erreicht hat. Super-Jule-Case, auf der Seite nicht bedruckt. Und auf der Rückseite ist noch etwas beschlagen. Es ist sehr kalt draußen. So, auf der Rückseite dann die Tracklist. 15 Tracks an der Zahl. Wir haben hier Features mit dabei. Und zwar Hava, Reezy, Young Kaffer und Küçük Effendi, Gunboy und Noah. Das sind die Features. Also insgesamt 15 Tracks, wie gesagt. Barcode ist hier keiner drauf, denn das Ganze gibt es wirklich nur exklusiv in diesem Bundle. Ansonsten nicht zu kaufen, dieses Super-Jule-Case. Oder generell das Album, sonst nur digital erhältlich. Hypnotize Entertainment. Lesen wir noch. So, dann schauen wir mal rein. Dann haben wir hier tatsächlich das Booklet hier signiert. Also hier mit schwarzem Stift unterschrieben. Feine Sache. Dann haben wir hier das Innenleben. Also einfach hier so eine Collage aus diversen Fotos. Viel mehr gibt es hier nichts. Leider keine Credits oder sonstigen Infos zum Album. Die Album-CD selbst sieht dann so aus. Wir haben hier diese Tapete des Covers und den Schriftzug da dann Mr. Dardy und darunter Hypnotize Entertainment. Ja, so sieht das aus. So viel zum Album. Und dann haben wir noch den Hoodie. Der ist hier recht groß. Also wie gesagt, Größe L und auch ganz schön großzügig geschnitten. Also, der Hoodie kommt in schwarz. Dann haben wir hier auch wieder so eine Collage. Und zwar lesen wir hier Mr. Dardy Sport. Und es sieht so aus, als wäre hier ein Auto angezündet worden. Hier wird es scheinbar gerade gelöscht. Hier, hier, hier brennt es. Und hier sehen wir vermutlich da dann vor diesem Auto stehend. Also Autos anzünden ist wohl sein Sport. Dann eine schwarze Bauchtasche hier eingenäht. Links und rechts natürlich mit Eingriff. Unten am Bund hier so gerippt. Ebenso an den Ärmeln. Dann haben wir hier oben die zwei Bändel zur Kapuze. Alles hier in schwarz gehalten. Dann hier noch das Etikett. Da dann Merchandise. Also eventuell gibt es diesen Hoodie auch separat. Das kann ich leider nicht beantworten. Und dann haben wir hier noch Dardan Merchandise Size L. Und auf der Rückseite ist das Ganze blank schwarz. Also hier gibt es nichts weiter zu sehen. Gut, wir schauen nochmal ganz kurz unten rein. Ob wir eventuell irgendwie einen Zettel finden. Genau. Danach habe ich gesucht. So, was lesen wir hier? Dardan Merchandise Style EU Size L. Also Größe L wie gesagt. Und das Ganze ist hier produziert für die Major Moves GmbH. Wir haben hier 30% Polyester, 70% Baumwolle. Und das Ganze ist, das kann ich leider nicht sehen, wo das Ganze hergestellt ist, hergestellt wurde, steht hier sonst nichts. Okay, also Grüße gehen raus, unbekannterweise. Wir schauen uns das Ganze noch einmal kurz im Detail an. Also wie dieser Hoodie getragen aussieht. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben den schwarzen Hoodie mit den 5 einzelnen Bildern hier der brennenden Autos. Und darunter dann den roten Schriftzug Mr. Dardi Sport. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in die Bundle befindet. Einmal der eben gezeigte Hoodie in der Größe L. Und natürlich das Album an sich im Super-Toolcase Mr. Dardi mit 15 Tracks und diversen Features. Jawohl, das alles in diesem wunderbaren Bundle. Mr. Dardi von Dardan. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album beziehungsweise dem Bundle? Schreibt es in die Kommentare und wenn die Musik feiert, falls ihr Dardan unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt euch auf. Ciao.